Willkommen zurück. Wir sind beschäftigt mit den Instrumenten der EZB, der Europäischen Zentralbank. Und hier in diesem kleinen Video geht es um die Anwendung dieser Instrumente, also was sie bewirken. Und da gibt es zwei Ansatzpunkte für die Anwendung der Instrumente der EZB, die wir in den anderen Videos dargestellt haben. Nämlich einmal expansiv, was bedeutet ausdehnend, und restriktiv, was bedeutet beschränkend. Und das heißt, bezogen auf die Geldmenge, um die es ja zentral geht, hier die zentrale Aufgabe der EZB ist ja, die Geldwertstabilität zu sichern, die Stabilität des Euro zu sichern, kann man die Geldmenge ausweiten, das ist hier expansiv, oder man kann sie beschränken, das ist restriktiv. Was bedeutet das? Wenn wir uns mal zwei Instrumente rausgreifen, nämlich zum Beispiel die Zinspolitik, also die Fazilitäten der EZB, und die Mindestreservepolitik, dann bedeutet, wenn wir die Zinsen senken, dann ist das expansiv. Wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann ist das restriktiv, die Geldmenge wird beschränkt, indirekt, weil Geld teurer wird. Mindestreservepolitik, die Mindestreservesätze erhöhen, bedeutet restriktiv, und die Mindestreservesätze senken, bedeutet expansiv. Also, Zinspolitik und Mindestreservesätze gehen in die gleiche Richtung, sind also expansiv. Also, Pfeil runter bei den Zinsen, Pfeil runter bei der Mindestreserve, bedeutet expansive Politik. Pfeil rauf bei den Zinsen und Pfeil rauf bei den Mindestreservesätzen, bedeutet restriktive Politik der EZB. Im nächsten Video schauen wir uns die Offenmarktpolitik an, denn das ist das zentrale Instrument der EZB, und schauen, wie die Offenmarktpolitik expansiv oder restriktiv eingesetzt werden kann. Schauen Sie auch in meinen Shop unbedingt. Hier werden Video-Coachings aufgebaut, immer mehr kommen hinzu für Betriebswirtschaftslehre und auch für Jura. Leichteres und schnelleres Lernen, entwicklungsorientiertes Zeigen des Lernstoffes, ein neuer Lernweg, der die Effizienz des Lernens immens steigert, in meiner Einschätzung. Schauen Sie unbedingt rein, spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Eber, Dankeschön. Schauen Sie, Dankeschön. Schauen Sie, Dankeschön. Schauen Sie, Dankeschön. Vielen Dank.